Wer hier ein Schritt wie tausend und alles so still und alles so stumm. Wo ist das Urmüll, Professor? Das Urmüll? Ja. Du, du, da ist ein Tönig auf der Insel gelandet. Ach so, und was ist mit dem? Der hat so ein riesiges Gewehr. Es ist ganz egal, was ich tue, meine Freundin. Ich muss gut werden! Yes! Statt, ja! Tag out in the sheets, sunny memories. You and I were good together. Hold on to me, darling. Hold on to me, darling. Hold on to me, darling. I will carry you. Don't let me go. Don't let me go. Whenever you feel lonely, just show me that you've got me, don't let me go. Ja gut, mein ich bald zweifelt man an sich. Mir geht's ja ähnlich. Der letzte hab ich auch zu meinem Gerhard gesagt. Jetzt mal ehrlich, findest du mich zu dick? Und er hat gesagt, Schatz, jedes gute Stückchen Fleisch hat einen kleinen Fettrand. Ja, das stimmt. Das ist ja das Maximum ein Kompliment, was man von meinem Mann überhaupt erwarten kann. Früher hab ich teilweise vergessen zu essen. Also, das wär mir nie passiert. Ja. Heutzutage vergesse ich, dass ich's schon gegessen hab und ess nochmal. Wie viele Freundinnen habt ihr, die wirklich mit sich zufrieden sind? Ich hab eine, die kifft aber auch am ganzen Tag. Die hat Clips für Chipstüten. Ich war bei der zu Besuch, ich sag, was sind denn Clips für Chipstüten? Ja, für Chipsreste. Ich sag, was sind denn Chipsreste? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017